Hi Leute, ich bin's mit meinem Kumpel Lucky vom YouTube-Channel Death by Zocking. Ein paar Worte von dir? Eigentlich keine. Vorher, wenn ich jetzt was gesagt hab, Leute. Ja, das ist unser zweites Ankündigungsvideo. Und schlechte Nachrichten, es werden nicht nur Ankündigungen. Bam, 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 bam. Genau. Es gibt auch noch Abkündigungen. Ja, Leute, von meiner Seite aus, es ist Minecraft, ich will euch jetzt nicht antun, die schlechten Aufnahmen und alles. Ja, die Rohaufnahme mit Screenflow ist total flüssig, aber die Exportierung ist dann grottenschlecht. Ja, wollte ich nur sagen, das war meine Abkündigung von meinem Lucky, hier kommt auch noch was. Ja, ich muss mich gleich mal entschuldigen, das hat jetzt, oder ich habe es so lange warten lassen, aber es gibt kleine Komplikationen mit Fraps und unter anderem auch ein bisschen mit Assassin's Creed. Deswegen ich jetzt überlege, ich gucke, ob ich das Ganze fixen kann. Wenn es halt nicht funktioniert, dann muss ich Assassin's Creed halt leider wirklich um ein bisschen längere Zeit verschieben. Aber ich werde euch auf jeden Fall eine entsprechende Entschädigung bieten. Gut, Leute, das war's von unserer Seite mit den Abkündigungen. Aber jetzt kommen die Ankündigungen! Einen Moment, ich muss kurz kurz... Okay. Für meine Entschädigung von Minecraft ist Terraria, hier. Es ist ja so ähnlich wie Minecraft. Manche Leute meinen, es ist eine ganz, ganz schlechte Kopie von Minecraft, aber das ist es gar nicht. Das werde ich ja nur noch meinen Let's Player wählen. Muhahaha! Ja, Leute, anderes Thema. Neu anderes Let's Play von mir ist Nova 2. Äh, ja, ich zock das wahrscheinlich jetzt innerhalb von 10, 20 Stunden durch. Wird nicht lange dauern, das Let's Play. Außer in der Endbox halt, bei dem ich dir mal ein bisschen Problemchen gehabt. Lucky, noch was von dir? Eigentlich nicht. Okay. Ähm, dann sag ich, Leute, mit trauriger Musik im Hintergrund... Traurige Musik. Traurige Musik. Na, egal, Leute. Erst von meiner und von Lucky's Seite... Tschüssi Kowski. Bye. Game over.